Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal gibt es ein bisschen was anderes und zwar mache ich heute einen Test zu Offline-Produkten. Ich werde keine Software testen, keine App und so weiter, sondern heute teste ich mal diese Stifte, die ich bei einem Bummel durch die Stadt letztens entdeckt habe und die haben mich direkt irgendwie so angesprochen, die sind mir direkt so ins Gesicht quasi reingesprungen. Ja, und viele, die mich vielleicht noch gar nicht so lange kennen, wissen vielleicht gar nicht, dass ich tatsächlich auch viel mit richtigen Stiften zeichne. Also ich habe ja so angefangen auf Instagram. Hier sind mal so ein paar Beispiele, was ich so alles mache. Mit Markern mache ich Sachen, mit Textmarkern, ja. Das hier ist, glaube ich, mit Aquarellfarben. All so Sachen. Ich kann euch mal eine ganz kurze Auswahl irgendwie zeigen, was ich so alles gemacht habe. Ich habe mal so eine Stadt bezeichnet, das ist irgendwie nur die Hälfte über. Ich mache ja auch viel mit Füller. Wie ihr wisst, ich werde vielleicht im nächsten Jahr nochmal ein Füller-Review machen, wenn euch das interessiert. Ach, hier habe ich auch nochmal so ein paar Bonsai's gemacht. So Kram. Ja, also ich mache sehr gerne Sachen auch mit Füller und richtigen Stiften. Ich bin sehr gespannt, wie mein Video heute ankommt. Bin natürlich auch interessiert, ob euch sowas interessiert oder ob ihr nur Procreate-Tutorials sehen wollt. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare rein, ja. Hämmert die voll, damit ich weiß, was für Content so gewünscht ist. So, jetzt kommen wir aber heute zu diesen Stiften. Das sind ganz besondere Stifte und zwar die sind Multicolored, wie das hier steht. Multicolored. Das heißt, ein Stift hat ganz viele verschiedene Farben. Hier sind jetzt zwölf plus eins drin. Zwölf plus eins. Also das heißt eins, zwei, drei, vier, 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 neun, elf, zwölf, dreizehn. Ja, tatsächlich. Da sind 13 Stifte drin. Und die mache ich jetzt einfach mal auf für die Packung. Die sind von Koinor. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Für mich hörte sich das erstmal so ein bisschen indisch an, aber ich habe mal recherchiert, beziehungsweise einfach die Packung umgedreht. Und hier sieht man also, ups, da wackelt die Kamera. Hier sieht man also ganz schön, dass diese Stifte aus der Tschechischen Republik kommen. Ja, da werden die wohl auch hergestellt. Was ich natürlich schön finde, ich glaube irgendwo stand hier auch Distributor, made in the Czech Republic, da steht es. Ja, finde ich natürlich schön, wenn Produkte auch hier aus Europa mal kommen. So sieht das Ganze eben aus. Es ist eine sehr traditionelle Marke. Die gibt es da auch schon ewig lange. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind auch schon mal solche Stifte hatte. Meine ich. Bin mir aber nicht sicher. Ich denke aber schon. Ja, so kommt das Ganze eben. Lag da einfach so unschuldig in dem Laden rum. Ich musste es kaufen. Das Ganze hat jetzt 19,95 Euro gekostet. Die gibt es auch nochmal in einer größeren Packung. Weiß ich nicht, mit 24. Was besonders ist, die sind halt sehr dick. Also 5,6 Millimeter Durchmesser. Da steht es 5,6 Millimeter. Dann sind die Crash-Resistant, you know. Das heißt, die gehen nicht kaputt, wenn du zu feste da drauf drückst. Ja. So, genau. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf. Bin sehr gespannt. Was uns da erwartet. Ich hole mal einen raus. Welchen nehme ich denn da? Ich nehme sowieso gleich alle raus. Also keine Sorge. So sieht das Ganze hier eben aus. Der ist, wenn man mal von hinten guckt, so in Dreieckform, so dreikantig. Haben wir einmal hier. Moment, ich muss mal gucken, dass ich das richtig in Kamera halte. Ich hoffe, der Zoom geht jetzt. Man muss ja irgendwie mal seine Hand dahinter halten. Sieht man das jetzt? Ich hoffe, das ist auch sehr. Genau. Also hier links steht dann nochmal Co-In-Or oder Co-In-Uhr. Ich weiß nicht genau. Hartmut, das ist die Marke. Magic, das ist anscheinend die Serie von diesen Stiften. Und hier steht auch eine Farbbezeichnung drauf. Also die 3407-9. Alles klar. Und in diesem Stift haben wir, und da sieht man schon, ja, so zwei, drei verschiedene Farbnuancen drin. Also einmal so ein hellrosa, dann dunkleres rosa, dann hier so mit so ein bisschen weiß noch reingemischt. Und das findet sich hier vorne halt eben alles in der Spitze drin. Also da kann man das auch nochmal so, glaube ich. Ah, ich muss die Hand da einfach hinhalten. Toll, das ist ja super. Das könnt ihr mir auch aus der Hand lesen. Ich hoffe, es steht nur Gutes drin. Also so sieht die ganze Spitze halt eben aus. Die Spitze ist jetzt nicht mehr ganz so spitz. Ich gucke mal gerade, wie das bei den anderen Stiften ist. Wie die denn so aussehen. Also hier haben wir noch ein schönes Braun halt eben mit drin. Genau, also die sind jetzt nicht so ganz, ich muss nochmal die Hand davor tun, ja. Die sind jetzt eben nicht ganz so spitz angespitzt. Das macht aber nichts, weil ich mir natürlich einen unfassbar teuren Spitzer, speziell für diese Stifte, dazu gekauft habe. Für 4,95 Euro. Äh, nee, 4,45 Euro. So sieht der aus. Sieht erstmal ganz normal aus. Also jetzt nicht so, als würde der drei Kanten da reinmachen. Aber der ist auch von Koinor. Koinor, ja. Heißt für mich also, der gehört irgendwie zu der Marke dazu und wird wohl schon abgestimmt sein. Ich gucke mir eben mal die ganzen Stifte an. Die hole ich hier so raus und lege die einfach mal hier so hin. Und dann können wir mal gucken, wie ist das alles hier so gestaltet. Ach, das ist ja geil. Also das finde ich ja super. Das ist so ein bisschen Lemon-Sommer-mäßig, oder? Ja, toll. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, was man damit wohl so zeichnen kann. Ja, ich habe schon eine grobe Idee, die werde ich euch gleich auch zeigen. Aber es ist natürlich so, dadurch, dass die Stifte ja so viele unterschiedliche Farben in einem Stift drin haben, eignet sich das meiner Meinung nach überwiegend für Zeichnungen, die an sich auch schon sehr bunt sind. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Vögel, ja, so ein Papagei oder sowas. Das sind jetzt die guten Stifte hier. Also ich habe einmal zwei Blautöne drin. Und dann habe ich ein so orange-gelb, dann ein orange-orange, dann dieses rosa, was ich eben schon hatte. Hier ist nochmal ein rosa, so ein bisschen blau mit reingemixt. Finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Einen grünen Ton nur, einen grünen Ton nur, okay, einen braunen und drei gelbe Töne. Hier, da sind also ganz viele helle gelbe Farben drin, auch nicht schlecht. Das ist nochmal so gelb-orange irgendwie. Was nicht dabei ist, ist schwarz, wo ich mir gerade die Frage stelle, wäre schwarz vielleicht auch nicht schlecht gewesen. So Leute, ich muss mich berichtigen, ich habe nochmal in die Verpackung reingeguckt und es gibt tatsächlich auch hier diesen schwarz-grauen Stift. Die haben sich irgendwie versteckt gehabt in der Ecke, die wollten nicht raus, die haben Angst vor mir, die haben Angst, angespitzt zu werden. So sieht das Ganze auch sehr hübsch, also genauso, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Da gibt es den dann auch dabei und auch noch einen weißen Stift, weiß-grau. Also finde ich super, gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Echt schöne Farbauswahl, wie ich finde. Und bevor wir jetzt am ernsten Beispiel zeichnen, will ich natürlich die Farben ausprobieren. Und dazu nehme ich mir jetzt einfach mal diesen wunderschönen Block, auf dem ich schon unfassbar viel rumgekritzelt habe. Insbesondere für meine Live-Drawings auf TikTok, die ihr vielleicht auch mal besucht habt. Also da finde ich ganz viele Sachen. Ach, zum Beispiel diese Giraffe, die ist ja süß. Okay, die Giraffe muss jetzt herhalten. Ich werde jetzt einfach mal die Farben so ein bisschen ausprobieren. Und werde dafür jetzt einfach mal mit der Kamera hier so ein bisschen runterfahren, dass man das vielleicht auch irgendwie besser sehen kann. Ich benutze übrigens heute kein Voice-Over, sondern nehme mein Gelaber direkt auf, während ich das hier mache. Und ich hoffe, das ist natürlich okay. Also das ist jetzt hier die 3407-4, also so ein schönes gelb-orange irgendwie. Das probiere ich jetzt einfach mal aus, wie das so ist. Na, da sieht man schon, dass er wirklich die zwei Farben drauf macht. Also das ist jetzt nicht nur ein Orange und nicht ein Gelb, das ist schon diese Mischung. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. So. Ich ziehe das hier so rüber. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Da sieht man eigentlich schon dieses Gemischte irgendwie drin, ne? Finde ich sehr schön. Ich mache es jetzt aus Versehen, oder nein, das war natürlich Absicht, dieses Orange hier. Also wenn man die richtige Kante entdeckt, dann kann man hier auch nur in einer Farbe zeichnen. Und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen drehe... Ja, hier kommt vielleicht jetzt ein bisschen Gelb zum Schluss. Genau, hier kommt jetzt ein bisschen Gelb. Ja. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr weich. Fühlt sich echt gut an. Hier sieht man jetzt nochmal dieses Gelb. Und wenn ich es so drehe, da kommt das Orange. Gefällt mir echt super gut. Tolle Farbe. Auch dieses Gelb. Also es ist auch sehr, sehr... Ah, das sieht natürlich jetzt auch gut aus, ne? Also hier oben habe ich mehr so Gelb und hier unten Orange. Sehr cool. Jetzt nehme ich noch eine andere Farbe. Und zwar hier dieses Rosa oder Rosa Pink. Fand ich ja auch gut. Ja, da kommt es auch ganz gut durch, denke ich. Ich weiß nicht, irgendwie der Orange war ein bisschen saftiger. Der hier ist jetzt so... Aber jetzt. Ja, jetzt geht es. Hier. Sehr schön. Gefällt mir echt gut. Schöne Farbe. Auch schöne Mischung aus diesen verschiedenen Pink- oder Rosatönen. Ach, und jetzt möchte ich natürlich gerne diesen Limoncello ausprobieren. Den finde ich ja besonders schön. Oh, toll. Superschön. So ein Grasgrün-Gelb irgendwie. So Sommer. Man sitzt irgendwie draußen. Gefällt mir sehr gut. Ja, da seht ihr das. Da kommt jetzt das Gelb so ein bisschen durch. Echt schön. Toll. Also tolle Farbe. Das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, wenn man irgendwie einen Rasen oder sowas malen will. Dass man das einfach nimmt. Einen Rasen im Sommer. Keine Ahnung. Oder vielleicht auch eine Kiwi oder sowas. Super. Also macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Sehr smooth auf jeden Fall. Ja, kann ich nur sagen, dass es irgendwie echt Spaß macht, damit so gut zu malen. Und es geht auch relativ schnell. Also man kann die Flächen hier relativ gut ausmalen. Ich mag auch diese Farbmischung hier. Seht ihr das? Mit diesem Grün und dem Gelb. Das sieht echt cool aus. Geil. Mal gucken, was mir da noch einfällt. Jetzt probiere ich auch nochmal das Schwarz aus. Und zwar mit diesem Grau-Mix irgendwie drin. Ich bin sehr gespannt, was das so kann. Also. Ah. Ah. Aha. Aha. Wir sind bei Schwarz. Ich gehe mal ein bisschen nach rechts, damit der Zoom hier nicht die Krise kriegt. Und jetzt drehe ich das und jetzt wird es so ein bisschen grau. Seht ihr das? Also es ist quasi so. Ja. Der normale Lebenszyklus von dunklen Haaren. Dunkel, grau. Und irgendwann ist dann da gar nichts mehr. Auch sehr schön. Finde ich super. Macht Spaß irgendwie. Kann auch schön feste aufdrücken. Das ist alles sehr gut gedeckt hier. Also. Ich bin jetzt natürlich nicht der Experte in Buntstiften, weil ich die nicht so oft nutze. Aber vom Gefühl her würde ich einfach sagen, dass das eine sehr gute Qualität ist. Also ich hatte auch schon mal andere. Die habe ich mal in irgendeinem Supermarkt gekauft. Die fliegen ja auch noch rum. Und die fand ich echt überhaupt nicht so knorke. Aber das ist schon sehr, sehr saftig. Sehr schön. Prima. So. Jetzt möchte ich natürlich die Stifte auch mal in Action sehen. Bei einer richtigen Zeichnung. Und ich habe mir gedacht, eine Qualle wäre echt super. Weil eine Qualle, zumindest auch diese ganzen Aquarellquallen, die man so sieht, die sind ja auch alle unglaublich bunt. Und deswegen werde ich mir jetzt erstmal hier mit diesem Stift so eine kleine Skizze machen von der Qualle. Ich hoffe, das kann man auch alles ganz gut sehen. Einfach mal so eine grobe Skizze von diesem Kollegen hier. Den man ja auf keinen Fall im Urlaub oder am Strand oder so irgendwo begegnen möchte. Dann haben wir hier dieses Geschlänge, dieses Geschleime. Okay, da muss man schon gucken, weil sich die Spitze dann doch relativ schnell abnutzt, dass man hier das Ganze nochmal dreht und wendet. Um das irgendwie machen zu können. Wobei, ich würde sagen, dass man das nicht benutzt, um hier so ein Sketch irgendwie zu machen. Sondern wirklich primär, um es dann irgendwie auszumalen. Ich versuche mich hier auch zu beeilen. So. So halt irgendwie, ja. Ihr wisst, meine Zeichnungen sind immer alles andere als perfekt. Bei mir geht es eher so, um die Sachen einfach zu halten, dass ja auch jeder nachmachen kann. Und jetzt hat man hier auch noch so, ja irgendwie so ein anderes Muster. Gott sei Dank, ich kenne mich da echt null aus. Na, hier sieht man schon, wie ich eben sagte, dass sich das hier ein bisschen abgenutzt hat, auch an der Seite. Das ist dann nicht mehr ganz so einfach. So, ja. Ich denke mal, um die Vorstellung einer Quale zu zaubern, denke ich, reicht das. Und jetzt würde ich hingehen und hier oben dieses erst mal in blau ausmalen. Ich suche mir da noch mal mit der Kamera ein bisschen ran, damit ihr das irgendwie besser sehen könnt. Und dazu nehme ich mir dann hier diesen Blauton, ja. Genau, und fange jetzt erst mal an, das hier so ein bisschen zu machen. Weil ich finde, bei so einer Quale muss es ja nicht perfekt sein, ja. Diese etwas abstrahierten Aquarellquallen, die haben ja auch ganz viele Farben und das finde ich eigentlich sehr, sehr hübsch. Lässt sich schon gut auftragen. Das ist, wenn ich hier die, das mal so ein bisschen drehe. Ich frage mich jetzt gerade, ob man da die unterschiedlichen Farbnuancen irgendwie sieht. Nicht wirklich. Also der hier ist, das ist auch schwierig. Also klar, man hat ein ganz dunkles Blau da irgendwie noch mit dabei und so ein helles. Und das sieht mir jetzt so aus, als wäre vorne überwiegend der dunkelblaue Ton jetzt ausgewählt. Ich würde jetzt einfach mal das nächste Blau nehmen. Das ist dieses hier. Mal gucken, was das so kann. Ah ja, das ist auf jeden Fall schon mal heller. Das finde ich schon mal sehr hübsch. Ein paar Bereiche lasse ich jetzt auch absichtlich weiß, weil das dann quasi so der Schimmer. Ich habe schon lange nicht mehr irgendwie so analog gezeichnet. Ich muss sagen, dass ich mich da echt gerade ein bisschen umstellen muss. Die ganze Zeit dazu neige, rechts irgendwie auf eine Ebene zu tippen. Aber da ist ja keine. Okay, aber hier sieht man jetzt tatsächlich auch schon so, finde ich, die unterschiedlichen Farben. Das gefällt mir also sehr, sehr gut. Ja. So, ja. Da muss man schon ein bisschen fester aufdrücken, natürlich, um auch die unterschiedlichen Farbnuancen irgendwie zu sehen. So, und jetzt würde ich gerne mal hier. Das mache ich dann einfach mal so. Vielleicht kriege ich sogar hin, dass ich hier irgendwie, ja, so einen leichten Farbverlauf drin habe, tatsächlich von diesem Stift. Ich stelle noch mal diesen anderen. Ja, der ist per se ein bisschen dunkler, aber ist natürlich auf so einer dünnen Linie auch schwierig, da irgendwie so diesen Farbverlauf hinzubekommen. Ja, okay. Also ich, für mich sieht es jetzt zumindest so aus, als wären das je mehr Farben als nur zwei. Auch wenn man berücksichtigt, dass ich natürlich unterschiedlich stark aufgedrückt habe. Okay, jetzt nehme ich mal dieses, dieses Rosa hier. Und gehe auch hier unten so ein bisschen rein. Ja, da kommen auf jeden Fall die unterschiedlichen Farben durch. Das kann ja auch gerne hier unten ein bisschen dunkler sein, weil es ja quasi so im Schatten ist. Jetzt würde ich den einfach mal anspitzen, ja, um zu gucken, das Ganze hier so funktioniert. Also, ich spitze ihn einfach mal an. Oh, okay. Ich zeige euch das mal hier. Also die Verkäufer, Fachverkäuferin hat mir extra gesagt, dass dieser Spitzer für diese Stifte geeignet ist. Hm. Hm, hm, hm. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich davon halten soll. Es ist auch nicht ganz gerade vorne abgespitzt. Das kann man, glaube ich, nicht so gut erkennen. Aber es ist so ein bisschen brüchig. Das fände ich jetzt natürlich irgendwie schade. Da seht ihr das? Hier ist es abgebrochen. Ich hoffe, dieser da. Na? Das ist schade. Also ich bekomme es jetzt auch nicht besser hin. Da bin ich a little bit disappointed, ja, vor allem weil dieser Spitzer 5 Euro gekostet hat. Ich habe keine Ahnung, was die sonst kosten, aber bestimmt nicht 5 Euro. Jetzt habe ich das sehr intelligent hier gemacht. So, komm, direkt damit. So. Das finde ich nicht so dolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir das ein bisschen smoother irgendwie vorgestellt. Okay. Wir nehmen uns jetzt nochmal, was heißt nochmal, wir nehmen uns hier dieses rosa. Das fand ich auch schön, weil damit können wir hier hinten dieses Muster hier machen. Ja, und der ist wirklich, da muss ich leider sagen, der ist irgendwie gar nicht so saftig. Ich weiß nicht, ob das an der Beschaffenheit der rosanen Farbe liegt, aber es lässt sich sehr schwer hier irgendwie gut auftragen. So. Hier sieht man auf jeden Fall auch schon unterschiedliche Farbnuancen, würde ich sagen. Auch wenn das jetzt vielleicht auf der Kamera nicht so rüberkommt, aber es ist tatsächlich so. Weiß nicht, vielleicht muss ich auch fester aufdrücken. Das möchte ich ja hier eigentlich nicht. Tja, okay. Also von der Farbe, von diesem rosa bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich so pink und so weiter meine Lieblingsfarbe ist. Finde ich very, very sad, you know. Okay, gut. Aber wir haben ja noch dieses tolle Orange hier. Ja, das werde ich jetzt... Ach, da ist auch noch rosa drin, seht ihr das? Crazy. Also das ist schon hier ein ganz anderes Geschäft, ja. Das geht wirklich schon sehr gut. Aber okay, das sieht wahrscheinlich auch an dem Rot, was drin ist. Das ist natürlich per se schon mal kontrastreicher als für dieses rosa. So, ich mache einfach noch mal ein bisschen hier. Ja, seht ihr das hier? Da, so ein bisschen sieht man den Verlauf. Finde ich sehr cool. Jetzt möchte ich auf jeden Fall auch mal hier dieses Gelb ausprobieren. Das fand ich auch besonders schön irgendwie. Das ist sehr saftig. Oh ja, das ist sehr saftig. Das ist aber tatsächlich eigentlich fast nur Gelb, ja. Weil dieses hellere Gelb, was da drin ist, also man würde auf dem Papier wahrscheinlich keinen Unterschied sehen. Bei der Spitze sehe ich auch schon so gut wie keinen. So, dann hatte ich ja vorher dieses Lemon. Ihr wisst, was ich meine. Wo ich dieses tolle Gras da mitgemacht habe. Das nehme ich jetzt auch mal. Das fand ich nämlich besonders. Oh, das ist so cool mit diesem Grün da irgendwie drin. Ich kriege die Krise. Ich kann das auch hier oben noch so ein bisschen machen. Toll. Das gefällt mir aber. Gefällt mir richtig gut. Da seht ihr das? Ja, da ist ein ganz, ganz toller Farbverlauf drin. Klasse. Sehr schön. Super. Ja, das gefällt mir gut. Jetzt habe ich hier auch noch so ein tolles Feuerorange. Vielleicht kann ich hier mit dem Hintergrund diese Sachen hier so noch ein bisschen machen. Ja, sehr gut. Das funktioniert gut hier. Seht ihr das? Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt, dass es so irgendwie sein soll. Das war ja mit dem Rosa leider nicht wirklich machbar. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich sagen. I have to say, that's pretty nice, man. Sehr schön. So, ich zoome jetzt nochmal raus, damit ihr das Ganze auch mal ein bisschen von Weitem seht. Ich finde, es ist eigentlich ganz schön geworden, oder? Mein Gott, vielleicht werde ich hier noch zum absoluten Buntstiftkönig. Aber jetzt ist natürlich die Challenge beim nächsten Mal, das vielleicht auch digital zu machen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Lust hättet, dass ich mal eine digitale Qualle mache. Vielleicht auch so mit Wasserfarbenbrushes oder so. Ja, ich finde, die Qualle sieht super aus. Gefällt mir echt gut. Ich muss sagen... Ja. Ich kann das hier nochmal ein bisschen anzoomen. Das ist alles sehr schön, auch sehr volle Farben teilweise. Bis eben auf dieses Rosa, was ich jetzt ausprobiert habe. Ich habe Braun jetzt nicht ausprobiert, das passt auch da nicht so gut rein. Aber ansonsten sind die Farben alle sehr, sehr saftig. Und der Farbverlauf ist natürlich auch cool. Also zum Beispiel hier bei diesem Grün. Bei diesem Grün. Dann hat mir bei dem Orange, das ist echt hübsch. Dann hat mir so ein Blau, was so ein bisschen ins Violette übergeht. Sehr schön. Also, mein Fazit ist, schöne Stifte, qualitativ hochwertige Stifte. Ich bereue den Kauf auf jeden Fall nicht. Werde mir jetzt überlegen, was ich damit noch alles machen kann. Und das mit dem Spitzer hier ist allerdings echt eine Enttäuschung, muss ich sagen. Also was nützen mir die tollsten Stifte, wenn der Spitzer jetzt eher so, naja, Mist ist. Keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht. Ich werde mich noch mal ein bisschen schlau machen. In jedem Fall, wenn ihr auch so eine bunten Sachen machen wollt, könnt ihr die Stifte ruhig mal ausprobieren. Kann man nichts falsch machen. Ich habe mir jetzt ja auch nur dieses 12er Set geholt gehabt. Also so ein kleines Set zum Ausprobieren für genau 20 Euro. Ich denke, das dauert seine Zeit, bis man die aufgebraucht hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, die auszuprobieren. Und ich freue mich auf weitere Sachen. Ich bin sehr gespannt auf euren Kommentar. Was ihr zu dem Video sagt. Fandet ihr das interessant? Ja, war es irgendwie zu langatmig? Oder irgendwas? Was kann ich besser machen? Interessiert euch das grundsätzlich? Wollt ihr nur digitale Sachen und so weiter? Wollt ihr noch mehr Tests haben? Ja, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, einfach mal meine Füller vorzustellen. Ich habe ja einmal diesen Montblanc und auch einen Faber Castell und auch noch einen Lamy. Also was da so die Unterschiede sind. Die sind ja auch in unterschiedlichen Preisklassen und so weiter. Wenn euch da was einfällt, ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall dankbar für eure Anregungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo und ein Like da, falls ja. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao.